äh, Daniel? Ja, Daniel. Ja? Was ist los, Schatzin? Hä? Ich hab gehört, wir sehen uns lieber morgen. Ähm, ich bin arbeiten, mein Schatz. Übermorgen, was ist denn, lieber morgen? Daniel wohnt doch gar nicht mehr hier, du Vogel. Donnerstag heißt bei euch kein Feiertag, oder was? Äh, da hab ich, ähm, Zahnarzt. Hab ich dir schon mal gesagt? Nee, dann musst du ja Zahnarzt sagen. Wir haben hier keine Feiertage. Dann hab ich Zahnarzt, dann hab ich keinen Bock zu euch zu kommen. Nur, nur, nur im, äh, weiß auch immer, Osten, du kommst, ey. Hessen, das ist die Mitte. Hä? Also, ich wär bereit. Äh, ja, dann, äh, Siege 1 sind wieder blau, Siege 2 bleibt, äh, orange. Och, what up. Ah, heißen Häschen. Hi. Hallo. 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 Äh, hi. Hallo. Hi. Seid ihr auch alle ganz aufgeregt? Hallo, Freunde. Ja. Ich hab mir jetzt extra ein Bier für euch geholt. Hört ihr das? Fuck, ich hab's nicht aufgemacht. Yes. Ich hab's nicht aufgemacht. Oh, jetzt. Was hast du für ein Bier? Äh, Augustine. Hä? Ja, ich mein, du kommst aus dem komischen Berlin, Mann. Du kriegst da wahrscheinlich auch heimlich noch Kölsch, weil du das... Nein! Ich trinke Tengenser. Tengenser ist das Beste. Oh mein Gott. Aber... Aber das... Aber das Gustl ist aus. Das Augustine ist auch in Ordnung. Jo, die diskutieren hier gerade. Start da einfach. Ich hab's noch nie getrunken, aber Tengenser Beste, Mann. Hab ich direkt aus Bayern gekauft. Ja, ich wohne in Bayern. Ach, ich nicht. Ich... Ich weiß. Du kommst aus so nem... so nem komischen... Bundesland, wo die Leute immer so Icke sagen und so. Icke? Oh, jetzt kann ich ihn nahmen sehen. Hm. Booster Dogs gegen Booster Unicorns. Uff. Hä, wie kann man das denn einstellen? Das geht jetzt wohl... In der Lobby, oder? Wenn du vorher kannst du das einstellen. Und ich schwitze, by the way. Wollte ich nochmal anmerken. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ach, Spiel. Nice, Alter. Aber immerhin muss ich nicht gegen Salatgurke spielen. Dann ist alles gut. Wow. Alter, du hast dich schon ein bisschen abgefuckt, Mann. Ja, jetzt ist keiner... Warte mal, wen wollen wir denn mal bannen hier? So, ich bin mir da jetzt sogar süßen, äh... Jo, was bannen wir halt einfach Blackbeard. Ach, nur für... Um Niklas abzufucken. Ach stimmt, Yonek ist ja da. Salaam. Hast ja gesehen, der kann nix ohne Blackbeard. Oh, was bannen wir? Wir werden denn aber auf jeden Fall, ähm... Was spielt Niklas? Ich würd Winchel bannen. Also, ich war ja grad eben bei den anderen und die waren alle so abgefuckt. Ja, Vigil, 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 Vigil! So, wieso Vigil, Mann? Mann, weil die Luke haben und wenn Luke... Weißt du, wenn Luke einmal verliert... Ja, dann muss er mit Vigil try haben. Äh? Wie gesagt, Luke war eben schon abgefuckt. Ja, Luke ist halt so ein hundertprozentiger Ranked-Raw. So wie ich ihn kenne. Ja. Aber, keine Ahnung... Ach, nö. Oh, nice! Ich wollt so tollen. Warum bannen die denn Cav? Der eine... Ach, nö. Ah, nice. Mann, ich wollt Cap... Mann... Ey, ist voll gut, dass die Caviere gebannt haben. Ich find... Ja, ich hab... Ach so, ich hab die Menschen auch... Fuck, 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 fuck... So, Yonek... Yes. Suchen Ranked vorhin, meinst du? Ja, sicher. Ich glaub halt nicht, dass es so simpel wird. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es das zweite Mal ist, diese Map-Spiele, also... Gerade war's easy-Abo. Äh, aus! Aber ich muss besser mal ein Bier holen. Ich muss besser mal ein Bier holen. Okay, okay. Nimm mal irgendwer den Diffuser. Ich weiß, was spielen soll. Interlaken, oder hast du noch Lust, um zu spielen? Oder haben die Leute schon so viel Bier-Intus für dich? Gut, dann opfer ich mich als den Diffuser nehmen, und dann krieg ich Hate. Nice. Ja, nice, Yonek. Erst nur den Hate. Mann, ey. Ich hilf doch niemals den Diffuser. Dann nehm ich... Dann nehm ich einmal nur als Jan den Scheiß Diffuser, wenn ich ihn normalerweise auch immer abschiebe. Mano, was denn los? Ey. Ich schieb ihn deswegen ab, weil ich gleich Schritte suchen wollte. Ach, was? Was schiebst du ihn ab? Wow. Einmal bitte abschieben den Diffuser. Was gibt's denn? Wow. Gibt's jetzt wirklich Tegernseher bei dir, oder nicht? Ja, soll ich einen Blick machen und bei Discord hochladen? Ja, 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 ja. Auf geht's, komm ran. Hier, warte, warte, warte. Aber mit deinem Namen, ja? Mach mal ein Piece. Warte mal, ich muss mein Bildschirm runtermachen. Oh, oh. Warte mal ein Licht anmachen. Den Pinker, oder? Okay. Hab ich gemacht. Shit. Lad mal eben den Discord hoch. Gut. Deine Denker mit dran. Don't date your dreams, du dreams. So, Videopics. Jo, ist hochgeladen. Was ist denn da? Ja, und land? Uh. Ah, das haben die Antwort auch nicht gefunden. Shit. Das ist echt das gute Tegernseher. Das ist mega, ne? Bei mir sieht's bloß so aus, dass ich mein Bier halt aus der Flasche trinke. Weil ich zu voll und lasse soll. Weil ihr auch oben eben verloren habt. Weil ihr über Bierkultur gesprochen habt. Nein. Ich hab halt versucht, ein bisschen Stimmung reinzubringen. Dann war die ganze Zeit muted, weil Sarah da war. Mann, du bist doch so ein dreckiger Huchensohn, ey. Okay. Boah, so knapp, Alter. Den werd ich jetzt nicht. Warum macht Luke eigentlich Fracks, weil er nicht bei mir im Team ist? Das find ich nicht gut. Ja, ehrlich so, ne? Wo sind denn die? Weiß sie nicht. Ich glaub, irgendwo oben. Ja, die wären Aviator oder Statue sollen. Denk ich mal. Okay, oben ist Luke. Oben ist Luke auf ping. Oh, der ist close. Tracking. Ah, ich bin. Nimm deine, nimm deine SMG, ne? Dogebi. Wenn du reingehst. Ja, morgens, morgens. Der ist tot. Ich drohen, ich drohen kurz. Ja, ich drohen. Ja, ich drohe. Ja, ich drohe. Ja, ich drohe. Ich drohe. Ich drohe. Ich drohe. Ja. Wir sind schon drin. Ionic, hast du was gesehen? Nein. Ich drohe vor dir. Soll ich anrufe? Mach Anruf. Anruf und renn dem Anruf hinterher, bitte. Wir rennen dem Anruf hinterher. Wir rennen dem Anruf hinterher. Wir haben nochmal den Band getrackt. Okay, Yonic, Bar ist clear. Hinterm Boot ist auch keine Tresors clear. Okay, ich geh rein. Äh, close clear. Kannst komplett durch, komplett durch. Der Boden ist da offen. Deshalb kann man sie nur nicht. Naja. Könnt ihr... Adama, ich spot euch mal die Bombe, damit ihr ein bisschen Orientation habt. Oh, ich kann sie nicht spotten. Guckt die Bombe an und kann sie nicht spotten. Nice. Hallo. Yonic, hast du ne Clay oder so? Ich bin Ash. Ich bin Ash. So ungewohnt. Das war Luke. Okay, Jack. Good job, good job, Luke da. Haben die noch einen Romer? Wissen wir was? Keine Ahnung. Ja, ja. Lesion ist auf, äh, Ass, glaub ich. Nee, B ist noch. Hinten durch im A-B ist, äh, einer. Noch. Ja, Lesion down. What? Hinten im A-B. Oh, Niklas. Was ist los mit dir? Wie viel AP? Ah, komm ich Anna. Ich hab ein AP. Ah, tsch, 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 tsch. Kommt runter. Kommt wieder runter. Droht am besten nochmal aus, wenn jemand... Oh, ich hab ein AP. Ich hab ein AP. Nein, 20 Sekunden, Leute. Jetzt geht für den Plant. Ich guck mich jetzt nicht. Amping? Keine Ahnung, wie der Raum heißt. Könnt ihr mich stecken? Ja. Ich bin in der Lesion. Ja, Lesion, äh, das ist ne Ella. Das ist auf meiner Leiche quasi. Warte, nicht pieken, Abo. Nicht pieken. Warte. Dann stell ich einfach in die Ecke. Oder so, ja. Hack doch... Hä? Du musst das mit mir nicht mehr hacken. Ich will essen. Nice. Nice, Mann. Gott, ist das wieder einfach heute. Halt. Aber du musst mal Motivation ins Team bringen, Mann. Du hast halt mega reingelaggt, Abo, ne? Hä? Du hast halt mega reingelaggt. Du hast halt mega reingelaggt. Ich war da mit dem Free-Shoot und da war auf einmal sein Kopf. Du hast halt einen AP gehabt. Die Klasse ist halt so ein Möchtegern-Throw League-Spiegel. So. Aber weißt du was? Weißt du was? Ich sterbe auch immer durch Leute, die nicht so unbedingt auf einer High-Elo spielen, weil die... Ja, ist das so, ne? Die bewegen sich total unbewertet. Ja. Aber nee, bei mir war es einfach... Er hat auf mich geschossen. Ich hab einfach dann in die Richtung geschossen, wo er... Die sitzen auch teilweise an Spots, wo du niemals denken würdest, dass da einer sitzen würde. Ja, genau. Weil das halt so dumm ist, da zu sitzen. Wollen wir mal Diffuser, ich bin zu dumm dafür. Ja, egal. Ich bin zu dumm dafür, um Diffuser zu bleiben. Wäre jetzt hier so umziehen, oder? Äh, ja. Entweder das oder nochmal Trophy. Wir würden uns mal überlegen, das Footage hier mal auf YouTube hochzuladen. Können wir. Einfach mal so. Dann hast du verewigt, wie du KS getötet hast. Kappa. Kappa. Nicht Games Room. Das ist... Das ist auf jeden Fall das, was ich mir einrate. Niklas, das ist mein... Gleicher Raum. Gleicher Raum. Gleicher Raum, bitte. Erstmal auf Twitter posten, wir haben KS busy. Äh, ja, Mann. Na ja. Na ja. Äh, die Monk Band wird. Ich drunter doch. GG. Easy. Komm ich dir die Leiter hoch? Also ich würd ganz gerne von Westen gehen. Oh. Ja, okay. Komm ich zu den East. Ich muss mich zu den East. Okay. Ich move mal Richtung Westen und rutsche hier. Show, show me the way, Mr. Salat. Go to the side. Ich muss mich zu den East. Schweigen sie mir den Weg. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ne? Jaja. Ich flamig haltung hin, wenn wir jetzt schämen. Okay. Da durch das Wind, du willst du rein? Ja, ne. Da war gerade der Legion hinter. Da geh ich ins Gespräch und fliege rein. Echte Seite war er. Was? Ich hab alle Alleby's Dinger weggemacht. Echt? Oh, nice. Irgendwo war er doch gerade wieder im Runout, Alter. Der Legion ist down, auf jeden Fall. Legion ist down, ja. Der Legion war im Osten. Dann wollen wir nochmal durch. Oh, fatsche. Janik, ich komm mal zu dir. Nice. Dangerous. Ja, im Prinzip können wir rein. Ist grad keiner in der Nähe. Hast du gedrohnt, Janik? Auch auf wenig? Janik, warte mal kurz. Ich geh jetzt rein. Ach so. Ja, okay. What? Drohnen auf rechts. Okay. Kannst du mich gesetten, Janik? Ja. Geh rechts, ist irgendwo jemand, ja. Oh, da ist ganz hinten. Ganz hinten ist Luke. Warte mal. Ganz hinten? Wie? Äh, bei dir im Gang. Oh mein. Ja, da im Gang. Salat Gurke. Nee, weil ich hab den zugeguckt, das Ding. Entschuldigung, ich kann keinen von diesen ganzen Dingens hier. Das macht mir nichts. Ich kann die auch alle nicht. Gott. Einer war B noch. Einer down. Luke? Okay, okay, ist Luke. Nice, nice, good job. B ist gerade keiner, da ist aber ne Cam hinterm Schrank, wenn die da rein kommen. Da ist auch ne Capcam-Trap im Eingang, direkt close. Okay. Äh, da ist einer uns halt, Janik hinten. Doch, ja. Ja, ja. Markiert. Echt hoch, Echt hoch. Und Mark ist einer auf B. Okay, das heißt, wir haben noch einen anderen. Wo ist der? Capcam ist los, oder habt ihr Capcam bekommen? Nee. Äh, ich check jetzt wo der ist, okay? Ja. Markieren, dann jump ich rein, werfen Flash. Ich find ihn nicht. Ey, er ist im Bart. Hinten im Bart. Moved aber in eure Richtung. So, Abo, komm rein. Abo, komm rein. Ja, ja, ich komm. Are you ready? Ist der Echo down? Hinter dem Spot? Nein, ist er nicht. Ach fuck, der ist immer noch davor vor der Dort. Oh, scheiß Dreck. Immer noch hinterm Schild, ganz hinten links. Na lol. Mann. Das war jetzt ein bisschen chaotisch, Leute. Es hieß, ich kann auch b-planten. Das war der Call für mich. Ja, das... Weil es war zu chaotisch. Ja, ja. Wir hätten nur in der Tür planten müssen und die Äschelte abhängen müssen. Wir konnten aber nicht in der Tür planten, weil ich abgesmockt war und der Echo noch Unzeit gelebt hat. Hey, es war abgesmockt. Nee, das war rechts Unzeit abgesmockt. Ja. Also der Mittellang, der konnte komplett durch. Also der Mittellang, der konnte rechts geworfen. Okay, weil es war nur rechts abgesmockt. Lol, what? Gerade. Ja, aber wirklich. Der what? Also, ich hab vor mir Smoke gehabt, deswegen bin ich reingedrann. Deshalb musste ich ja ein Stück reinlaufen. Warte mal, hat der Echo mich etwa gerade getötet, ohne dass er Smoke bei sich hatte? Das hätte ich jetzt komisch gefunden. Also es war von meiner Sicht, wo wir rein sind, nur rechts vom Spot abgesmockt. Deshalb musste ich ein bisschen da hinmoven, weil ich sonst einfach komplett offen in der Tür stehen würde. Ich nehme das auf, ich schau mir das gleich nochmal an. Oh ja. Der ist nicht gestorben. Und dann hab ich halt das Z4 gehört und dann bin ich noch ein Stück vor gemovt. Leider. 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 Leider sind jetzt wieder um. Leider sind in Tresoren. Tresoren, ja. Tresoren, ja. Das würde durch so ein Irz. Abu? Ja. Willst du den Diffuser behalten, oder soll ich denn nehmen? Echt? Ich will hier reingehen. Wuch? Ja. Komm. Ach, da ist aufgelöst. Ja, was? Nein. Der ist nicht aufgelöst und da hab ich noch keinen Schemann. Oh, hier unten bei mir! Äh, na, Luke. Da wartet der Diffuser. Das Fenster ist ganz rein. Ganz rein. Ist keiner da näher. Hast du dich so unsicher angehört? Ich muss den Diffuser kurz holen, Jungs. Ja, der rechter ist. Der rechter ist. Der rechter ist in der Deckung der Camel. Daher ich hab einen markiert bei dir da näher. Okay. Wirklich, Alter. Ich kenn diese Cam nicht mal und er rennt die ganze Zeit raus. Ich bin an der Bank hängen geblieben. 10 HP. Ich seh den Echo auf den Cam. Oh, fuck. Auf den Stairs. Der Echo liegt hinterm Tresen im GameStream. In seiner Drohne. Schön worden. Oh, noch einer. Dieser Dropshot. Ach du mich kotzt es an, dass dieser Typ immer irgendwo rausrennt. Das macht auch keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Komm, ey. Ich werd diesen Typen auch so abfacken, ne? What? Ist die grad zurück geflogen? Die rollt zurück, ja. Aber ich vor... Hat der Winkel nicht gepasst? Äh, das ist doch ne Besonderheit von Siege. Die prallen manchmal ab. Bloß nicht den Rücken. Nein, 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 nein. Alles ist gut. Ich kann da keiner drängen. Wir müssen da hinten drücken. Oh, jetzt kommt der Legion ja gleich aus dem Fenster, was du angeschossen hast raus. Ja, der ist da unten. Den Schritt. Nice. Schönen AWO, Alter. Einer am Leben noch. Einer am Leben noch. Einer am Leben. Das war der Echo. Oh, AWO, Alter. Nice. Nice. Einer am Leben noch. Was soll ich spielen? Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich vorher irgendwo im Hinten schon einen Headshot gegeben habe. Mal. So. Ich habe wohl zu viel Minecraft gespielt. XD. Wolltest du nicht eigentlich mitspielen, Janik? Ja, aber immer wenn ihr spielt, ist der Server voll. Hä? Der ist jetzt auf 20 Klots? Ja, wow. Letzt Mal war ich auf 10. Das war am ersten Tag oder am ersten, anderthalb. Na, ich bin Montanmereinbo. Ja, ich habe nicht so wirklich Bock gehabt. Und ich habe mich auch mal mit Majo-Abo spülen mit Customs. XD. Ist es wieder oben? Nee, ja, also nicht in Games. Wenn, dann wieder auf dem Trophy Spot. Ja, Trophy Spot, dem Caster. Ey, egal. Weiße. Und eine Kompakgranate, um meine Drohnen zu zerstören. Okay. Okay. Mhm. 10 seconds. Das ist ja einer. 5 seconds. Lampere. 4 insertion. The defuser has been secured. You found a bomb. Make your way to its location. Sind sie wieder auf dem ersten Spot drinnen? Ja, genau. So, was? Dann können wir dann eigentlich mal wieder oben direkt reingehen. Genau, hier oben ist der Camp. Als du die wusstest. Mh. Mal hier, der Capital. Oder bei mir. Ja, ja, habe ich gerade nicht gesehen. Oh, den Umba gesehen! Wollte ich gerade abschießen. Und dann hast du... Geh mal wieder da drüben rein, wo du vorn bist. Sauerguck, oder wie du auch mal heißt. Ja, nee, kannst du was? Einmal Salat und einmal, äh, warte mal, saure Guss. Hier ist Runout. Okay. Ja, ich habe es. Oder hast du es? Dann würde ich das Fenster von mir aufnehmen. Ohne, der steht vor dem Fenster? Ja. Wenn du ihn rausmelden kannst, dann... Raus, was? Achtung, Daniel. Komm wo? Achtung, Fenster. Ah, fuck. Fenster ist offen. Pass auf. Abo. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hab ihn. Schön. Nice, gut schaff. Scheiß Lappen, Alter. Sorry, aber... Scheiße, ich kenne die Füße. Tracks are clean. I have a trail. Yes, he crossed. Hört den Füße. Ich schieße kurz auf, das bin ich nicht. Ich hab den, ich wollte den gar nicht mit reinnehmen. Salat, äh, Herren Salat, soll ich, äh, ich komme zu dir. Aber bitte nicht durchs Gebäude laufen. Ne, ich komme von irgendwie außen, keine Ahnung. Wer ist denn mit vier? Hast du, hast du eine Breach, Yannick, für den? Achtung, Fassmatte. Der Bandit ist am Ping. Soll ich den aufmachen, die Bahne? Äh, Salat gucke, ich komme hinter dir rein. Da, wo du reingekommen bist. Okay, ja. Durchs Fenster. Ah, fuck, die haben Bandage-Charge, ne? Naja. Oh, na. Lass mal ausdrohen. Guck mal nach hinten bitte. Wer macht? Smokes on set A. Smokes on set A, Samuel. Kannst du doch die Tür aufschießen? Ja, komme. Warte. Ich stelle erst mal hier so weg. Oder gibt es da einen Fenster zufällig? Genau. Okay, danke. Danke. Genau, da war eine Frosthype in der Ecke. Salat, guck, ich bin down übrigens. Und seit rechts, und seit rechts, und seit rechts. Ah, der liegt auf dem Boden. Ah, shit. Shit. Nick ist low. Am Schreibtisch. Ja, Nick, den Anbänge mit Schreibtisch. Ah, na, na. Der Smoke liegt, glaube ich, rechts in der Ecke, wenn du jetzt reinkommst, Kapitel. Auf, rechts rechts. Nein, ich habe aimt. Ich habe hier sogar noch gehittet. Nick, lass es, äh, halb und live. Also, okay. Irgendjemand ist noch verbrannt. Oh, scheiße. Ich habe noch jemanden gekocht. Das war dumm, ich habe mich selbst geflasht. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob meine Eltern scheiße sind, aber ich sehe, ob die nichts noch nicht gesehen. Weißt du was? Man nimmt sich mal die Hände an, auch an Maus und Tastatur und rollst da wenig mit dem Kopf drüber und dann trinkst du einen Schluck Bier und dann gewinnen wir das, okay? Easy. Nee, ich weiß nicht, ich habe den irgendwie, also, ich weiß nicht, ob meine Grafiker-Einstellungen so scheiße sind, aber ich habe echt wirklich nichts gesehen. Also, ich habe den Raum da hinten nicht gesehen. Gar nicht. Also, es war bei mir extrem dunkel. Passiert. Malakko, was hast du eigentlich für einen Rank auf dem normalen Server? Diamant. Ah. Ich hätte hier zumindest High Platin oder Höhe eingeschätzt. Danke. Ja, im Moment, also, jetzt, im Moment bin ich Platin 2, weil ich, ich war nach der ersten Woche auf Platin 2 auf den Live-Servern. Was? Und dann bin ich auf Platin 2 hängen geblieben mit Pack-Carani, weil die Leute, ja, weiß ich nicht, ich hatte Mates, wo ich gesagt habe, Spielst du Solo-Queue oder was machst du? Nee, ich habe immer nur so mit zwei, drei Leuten gespielt, weil ich halt Bock hatte. Und ich keine fünf Leute zusammen hatte. Und dann waren das halt so irgendwelche Porto-Visen, die zwar eigentlich so ganz gut spielen können, aber als ich gesagt habe, aber Play Safe, das haben die nicht verstanden. Die sind dann immer dem Gegner noch mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen und haben die runter getthrought. Und deswegen bin ich halt auch Platin 2 mehr oder weniger hängen geblieben. Und waren es die Leute, die dann unbedingt Injus hinterher gehen wollen, anstatt die einfach mal liegen zu lassen? Zum Beispiel, oder, ähm, ne, 3 gegen 2 oder 3 gegen 1, ne, wo ich dann sage, ja, play safe, nicht peeken, lass sie kommen und so'n Shit, ne, da rennen die dann halt mal noch rein und gehen fett an. Hm. Oh, Scheiße. Ey, deswegen, ich brauche jetzt auf Amerika noch einen Sieg, dann bin ich da auf die... Na, die ja, richtig nubig. Na egal, Charme ist Charme. Ich weiß gar nicht, wie, kriegst du den auch für EU dann? Ja, du kriegst den von der, wo du am höchsten warst, von der Region. Okay, aber ich meine, ob du den sozusagen für andere Regions dann auch bekommst? Ne, ne, ich soll ja kommen. Okay, entweder denkt ihr, dass ich absolut dumm bin oder nicht. Wie kannst du ja auf einer anderen Region spielen? Kannst du... Ja. Komm, wir wechseln. Ey, what the fuck, ich bin so dumm. Naja, ich lasse auf. Fresh Fire, go in! Ich hab ihn sogar gehört. Boah, Alter. Spacke, du! Der ist schon wieder raus, ey. Ich hab halt keine Ahnung, wo der da rausrennt, ne? Ich weiß nicht, wo man da rausrennen kann, um ehrlich zu sein. Kannst du meine Drohne halten, Navu? Äh, ja. Hab ich. Hab's, 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 hab's. Hab's, hast du da was gesehen gehabt oder wieso? Aber ich seh hier was. Deine Drohne ist immer noch clear. Hab's auch keiner in der Cam oben an den Steals? Salat Cook ist auch in deiner Cam. Was? Hä, warte mal, von wo kam der? Ey, der war einfach... 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 Ja, ich hab Astronomie-Raum. Also... Ja? Ja, Astro, hab ich. Astro, Stairs! Astro, Stairs! Komm hoch! Ja, ich wollte grad sagen, hab ich einen gehört. Ja, aber ich hab den erst gesehen, wenn er oben ist. Ich weiß nicht, wo... Ich muss noch nicht einmal fahren. Gerade. Fuck, ey. Der ist U-Low. Bei dir irgendwo, äh... Schäffel. Ja, ich such da. Hä, von hinten, von hinten! Mann, dieser Typ! Einer zu so. Nice, good job! Let's go, Jungs! Habt ihr nur ne Drohne? Ja. Der ist am Set, glaub ich. Hier, ey, äh... Saure, äh, Gurke. Ja, können wir mal ne Drohne gehen? Ja, ich bin drinne. Ich bin auch drin. Also, ich seh nix oder nix. Ich seh cool. Da hinter der Bar ist er zumindest nicht. Ich mach den Defuser. The Defuser has been recovered. Oh, hier ist der Ruh. Ja, wurde gespottet. Ich glaub, Games Room war kein safe. Ich dachte, er ist da irgendwo bei A. Ich... Ja, eben. Auf A-Steps gefühlt. Alter, ich kann jetzt hör'n. Ich hatte Discord-Anruf rein. Kann, kann's hier hin können. Versucht, bei hinterm, hinterm Tresor zu blenden. Ich kann nicht callen, wenn der Games Room irgendwie moved. Du hast das Smokes, oder? Ja, ja. Ja, schön. Ja, der ist Games Room. Planta, einfach Planta, einfach Planta. Ist an der Bar. An der Bar jetzt. Warte, ich mag ihn. On Mark. Ich jetzt. On Mark. C4. Nice. Literally on Mark. On Mark. On Mark. Bar. Mit dich onside, circa on Mark. Meinst du, du kannst es halten, dann will ich außen rumrennen? Nee. Ich kann euch sagen, wenn er Tresor rumkommt. Ich weiß nicht, wenn er dich halt, einfach nur die Tür. Ja, er hat mich immer noch hinten durch am Ping. Ist Tresor? Tresor, Yannick. Nicht pieten. Nö, nö. Ich sag dir, wenn er... Ist jetzt onside gleich? Crouch, aber dumm rum. Sau, gucke. Geh vielleicht weiter nach hinten. Oder warte. Pusch dich. Nee, Niklas. Nice, Mann. Nice. Halt. 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 So. Der hat mich gerade angerufen. Warum auf Discord? Ja, weiß ich nicht. Ich hab gerade an... Aber der Sound ist absolut nicht nervig, ne? Ja. Tö. Also wenn du gerade was hören willst, mit 40 Sekunden übrig in der Runde, ja, dann hast du da keinen Bock drauf. Dann ist das nervig. Soll ich spielen. Weißt du was? Ich werde auf jeden Fall den Loop machen, ey. Ich werde so viel roben, wie es nur geht, Mann. Ja, aber wie du siehst, ein Hardraum bringt es nichts, wenn du an den Verteidigern vorbeiläufst, ne? Ja, und das brauchen wir irgendwann an den Roben, ne? Mein Problem an der Map ist, um sowas wie gegen Luke zu spielen. Er kennt die Map halt schon zu gut. Ja, gut, das hast du aber später trotzdem, ne? Ja, eben. Aber so gewisse Spots, wo er rausrennen kann. Jetzt kann man so ein paar, kenn ich. UiX Designer gesucht für Rainbow Six Siege in Düsseldorf. Oh, das ist gerade mal in meiner Nachbarstadt. Hä, wo wohnst denn du? Nein, in den Nachbar. Ich wohne und essen. Jetzt kommt er zu dir nach Hause und hol dich. Und hol dich. Nein, 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 jetzt komm ich zu dir und hol dich. Kommt gleich so ein 14-jähriges Kind bei dir zu Hause vorbei, ne? Können wir noch On-Side die Wände aufmachen? Ne. Ja, ja, ich komm. Mark, Mark, wo du willst, Mark, Mark, bitte. Oder reicht der Spot, der offen ist? Das reicht schon. Aber am besten nicht die Spots währenddessen hier und vielleicht auch den Mark zumachen. Ich will die Tür trotzdem zumachen und nicht aufhören. Also zumindest. Ich wette, ich wette. Hat jemand noch einen reinforcement? Ne. Ne, ich wette. Die spielen jetzt auch Jacket. Oh, Gott. Luuk. Das ist Luuk. Meinst du? Ja. Au. Hier, kommt von Mark. Und Mark kommt. Ne, die sind oben drin. Oben drin. Hier oben ist schon der Lion. Oben ist schon der Lion. Naja, oben ist schon Mark. Ich suche eine Treppe. Ich suche eine Treppe. Wo ist mein Team? Ich will eine Treppe nach oben. Nicht nach unten. Verdammt, wo ist denn der Lion? Der Lion auf dem Nest rum. Ja, und Mark. Boah, Alter. Ich stehe halt keine Treppe. Sorry, Jungs. Da sind, da sind drei Leute oder so. Kommt dieser Engel. Boah, Alter, schade, Mann. Schade. Ich wusste nicht, ob der in der Tür ist oder nicht. Ich dachte, er wäre rechts in der Tür. Ist gut. Alter, da muss ich halt dreimal Bier saufen, bis ich das aushalte. Soll er Trophy room probieren? Nee, lass mal, was haben die eben gespielt. Ach doch, Trophy Saturary haben eben gespielt und Aviator, ne? Ja, genau. Wir haben eben Games Aviator gespielt. Genau, ja. Also wir. Jetzt spiel ich Puls und mit schön von unten Boom machen, ey. Ha. Ja, mal schauen, was hier so geht. Oh, Janik, ich merke irgendwie echt, dass ich jederzeit nicht so viel Rainbow gespielt habe. Das waren, glaube ich, irgendwie 90% meiner Spielzeit war mit Niklas und irgendwelchen Custom Games. Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn du halt Rainbow so ein oder zwei Tage nicht spielst, bist du halt wieder so raus. Oder ich spiel es halt irgendwie zwei Tage, dann spiel ich mal ein Spiel und dann höre ich wieder auf. Ja. Bist du sonst Minecraft-Main? Nein. Ich bin nur seit vier Tagen quasi Minecraft unterbrochen, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Und wir jetzt dann einen Mod-Server spielen. Hotline. Ich komme gar nicht mehr dazu, Rainbow zu spielen. Warum? Arbeiten. Geh unterwegs. Ich habe keine Hobbys, deswegen. Ah, du Glückliche. Ja, ich habe eine Droge gehört. Ja, die ist echt komisch, ne? Ich finde es mega schwer, Steps zu unterscheiden, ob die oben oder unter dir sind. Das ist mega schwer. So, jetzt. Jetzt Leute, Alter. Jetzt kommen die OP-Spots. Die OP-Aliway-Spots. Gott. Das ist Niklas. Safe-Goal. Nein, Niklas ist die Bahn. Ich habe ihn schon gecheckt. Was soll? Wobei, mich ist einer vorbeigelaufen. Und Mark, äh... Äh, ist Christus hin, oder? Soll ich dir helfen? Nein, ist ganz schön. Oh, bitte, rote. Wo war das? Äh, Stairs-Eye, glaube ich. Müsste Stairs sein. Geradeaus durch ist einer reingekommen. Ich bin checkt. Ah, Luke ist Dokkabee. Und mein Todespunkt genau drauf. Leck mich doch. Ach, du Scheiße. Ja, ich bin checkt. Ja, äh... Also, die spielen Jekyll, Dokkabee, Lion. Was ist los mit denen? Nein, Scheiße. Jekyll bei mir. Im Study. Bei... Im Tresor. Dokkabee, on spot A, Leute. Hä, wie? Wie hat er das überlebt? Weiß ich bin der einzige Killer, den er bekam... Äh, den Schio bekommen. Ich glaube, der andere war gedowned. Wieso macht Luke Frex? Die Banner in der Classical Hall, hinter dir jetzt quasi, in dem Flur. Aeimt den ab. Einmal nur Halt sein, ich brauche nur Steps. Bomb Defuser in place. Unlucky. Komm. Boy, Scheiße. Der steht da dahinter. Schade. Das spielt die Sehnen. tot. Na komm, das ist halt... Ja, das war... Bei mir jetzt... Ich hab's versucht, von außen zu halten. Ja, ich auch, also ich stand da auch mal ein bisschen außerhalb und ich wurde dann halt Jacket-Tracked und angerufen im selben Moment Komplett erstmal gebankt, dann weggelaufen und dann quasi in die Dokeby reingelaufen Okay, wo gehen wir hin, Leute? Ich würde einfach oben bleiben, konstant Lass uns gleich nochmal versuchen, aber diesmal ein bisschen anders Ich hab da ein bisschen Mist gebaut beim Setup Ich hab versucht, das von außen zu halten, aber dann kam irgendwann der Dingens von hinten Der, die Dokeby, weil wir da nicht gehalten haben Also man könnte da vielleicht mit dem Vira-Fenster das Ganze versuchen von außen zu halten, aber Also ich glaube, ich hab da sogar gehalten, aber ich wurde halt getötet Da, wo du meinst Ja, ich hab halt jetzt das Problem, lass mal hier jetzt zumachen, weil Das hat eben Hier müsste ne Safe Corner sein, eigentlich Äh, hier stand ja, hier war vorhin ja der Echo Ich weiß ja nicht, ob das bangable ist, das Ding, ich glaube nicht Ja, jetzt führen wir ganz einfach raus Nein, ist es nicht Danke, dass du mehr getestet hast Von hier kamen die rein, ne? Ne, die kamen Master-Bedroom hier eben rein Ja, hier kamen die rein, Memorial Ja, das ist ein Problem, du musst eigentlich auch nur Master-Bedroom rein Kannst dann quasi schon hier rein und dann planten Also hier, diesen Ping, den müsst ihr im Auge behalten, weil du hier einfach rein kannst Alter, welche Tastatur... Sag ich doch bei mir drinnen, Mann, dieser Typ Welche Tastatur rastet ihn hier so aus? Äh, Mann, sorry Hä, wie hab ich den nicht bekommen? Wo ist der, ist, ist, ist der im Erdgeschoss, da bist du im Erdgeschoss Der ist in der Umkehr und unten, Mitte, 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 ja Er ist nicht vermittelt Slash-Bedroom Ja, auf deiner, auf deiner Ding-Stage Fuuuucking hell Ja, ich war komplett von allen Seiten umziehen Ja, ja, ist nicht dein Problem Ich muss bloß Loll Ich komm mit der Elerwache nicht mehr klar Eieieiei Ja Aic Ja Ja, dann lass mal Da muss man irgendwo anders hingehen Linken oder so, genau Ich find evi-irte Games-Rooms immer noch gut Lass sich mal gespielen In den Kitchen hab ich noch nicht gekreidigt, also... Unten unten ist allgemein nicht gut, weil die Map der ganze Boden auch aufgeht, wie auf Oregon quasi. Also wenn du dann quasi über dir was hast. Ja im Prinzip, aber dafür hast du oben halt komplett als Roaming-Fläche so, ne? Was haben wir denn am meisten bisher gehabt als Problem, ne? Rushen der Ash, ne? Dann spiele ich auch wieder Roamer. Ja, Ash hatten wir, dann hatten wir noch Lion, der auch zwischen dich rein ist, ne? Ja, das war ja beide Mal der Luke, also das zählt ja nicht, ne? Ah. Ey Mira, soll ich hier beide zumachen? Oder eins auflassen? Ich weiß nicht, ey, ich hab... Ich muss ja mal gucken. Ja. Ich muss mal ein bisschen klarkommen. Äh, heute auf jeden Fall hier noch jemand, der hat zwei Wände hingemacht, in den Hallway. Ja, mach ich eben. Warte, hat jemand zu vier? Jemand kann hier Spawn-Kill machen. Warte, warte, warte. Ja, ich hab zu vier. Ja, ich kann's versuchen. Start mit Novo. Ja, du kannst noch beide Wände zumachen. Okay. Ah, Corona. Oh, der Typ geht mir schon ein bisschen auf den Sack, ne? Ich schluss dir, der geht ihm richtig ab. Wer bist du? Wer bist du? Ja, ich wusste nicht, wer du bist. Ah, die wie. Ja, das ist ein Luke, wenn ich mal fragen darf. Ah, der ist schon etwas älter. Ich würde den Anfang 20 schützen. Ja. Einmal sowas. Auf jeden Fall über 18. Ich hab' keine Runes spawned. Mann, der will im Eimer spawnen picken, da kommt keiner. Machen wir die Tür zu, dann noch zu, bitte. Bei mir ist Glas. Mann, warum dauert das so lange? Wo ist denn? Luke ist schon auf den Stairs gleich drin. Nun, was ist denn das, Mann? Ich hasse das manchmal mit diesen Nitro Cells, Alter. Leute, ein bisschen ruhig. Ja! Ich hör' gar nichts. Ich hör' gar nichts. Oh, Sonic. Twitch noch, andere unknown. Wahrscheinlich die Bahner. Im hallway? Vorm Gamesroom, Janik. Aber ich sag' dir, wenn sie rein, steht immer noch draußen komplett. Denkst du nur an Mira, wenn du in dir die das sch... Fick dich. Tut's, ja. Tür ist offen. Anderer kommt bei dir. Links von dir. Links von dir und der andere ist Games drin. Ja, Mann. Scheißdreck, ey. Oh! Oh! Warum rafft Luke jetzt mehr als eben? Hä? Naja, wenn keiner die Map kennt, hilft dir aber schon eigentlich, ne? Ja schon. Ja. Wenn mal auf die ganze Zeit angerufen wird. Äars gestellt. God. Schaff. Schaff. Ba. pneiheabheir. McGraw.